Ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Retro Booster Opening. Wie immer werden wir ultimative Sieger, Triumph und Ruf der Legenden öffnen. Hier hätten wir ein Knachsel, ein Milotic, ein Scheinux, ein Bisasam, ein Wadribi, ein Mauze, ein Rihorn, ein Milotic und das ist eine Rare Karte. Reverse und Sonnfell ist unsere Non-Holo Rare Karte. Sieht sehr cool aus diese Karte. Hätten wir ein Schloplek, ein Magneton, ein Tentoxa, ein Quickel, ein Porygon, ein Griffel, ein Pionskora, ein Vollbart, ein Tentaxa, oh und wir haben ein Celebi, ein Holo, oh das habe ich gar nicht gesehen. Schöne Karte. Hier muss ich aufpassen, dass ich den Kartentrick richtig mache, weil das letzte Mal habe ich den neuen Kartentrick gemacht, nicht den alten. Hier hätten wir ein Kanimani, ein Wulpix, ein Tangela, ein Forstelka, das ist eine Rare Karte und wieder keine Holo Karte. Schade. Trotzdem, schöne Karten. Vor allem die zwei hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.